...diesen Morgen von einer Rückgratlung mitgenommen. Warte mal, was war das denn? Hey, das ist ein Tagebuch! Hey, wir haben ein neues Tagebuch gefunden! Hat uns die Welt aufgegeben? Ich hatte letzte Nacht ein paar Drinks mit meinen Kollegen und wir unterhielten uns über die restliche Welt. Wo zum Teufel sind alle und warum hilft uns niemand? Ich schätze, wenn es selbst nicht... Ich schätze, wenn es ein Selbst nicht betrifft, kann man es einfach ignorieren. Egal, ob Tausende in einem Land abgeschlachtet werden oder man einfach nur an einem Obdachlosen auf der Straße vorbeigeht, warum sollte man sich einmischen? Man muss auf sich selbst aufpassen, richtig? Aber eines Tages ist man selbst dieser Obdachlose, der die eigenen Leute werden abgeschlachtet... Entschuldigung, ich hatte mich da verlesen. Jetzt ist man derjenige, der Hilfe braucht. Und wenn sie nicht kommt, verflucht man alle, die nichts tun. Hätten wir den Leuten damals geholfen, dann würden sie uns jetzt vielleicht helfen. Aber wir sind egoistische Versager und niemand wird uns retten. Und das untere würde ich gerne lesen, wenn da die Schrift vom Radio nicht dabei wäre. Vielleicht bin ich deshalb ein... Warte mal. Ja, 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 ja. Geht das mal so langsam... Kann das mal weggehen? Hallo? Ich glaube mit dem Handy in der Hand rum, ich sehe auch sehr viel. Ah, ist es jetzt weg? Gott sei Dank. So, was stand denn da unten? Ich muss lesen und nochmal eben weiter. Vielleicht bin ich deshalb ein Clap geworden. Man muss eben auf sich selbst aufpassen. Richtig? Okay. Was sind denn bitte Claps? Wenn ihr das verpasst? So, ähm... Dann schauen wir mal. Juhu! Das Rennen an der Videos ist gleich fertig. Ich freue mich sehr. Ähm... So... Jetzt schauen wir doch mal. Wo... Gehen wir denn als nächstes hin? Ich muss mich hinnehmen. Ich muss mich hinnehmen. Ja, dann lächst ich mal hin. So, ähm... Da ist die Hauptnussung. Genau, mal da lang. Ich hoffe, wir werden... Oh, ein Radio. Oh, das ist das. Entschuldigt bitte. Das liegt auf dem Weg. Da kann ich nichts für. Komm ich hier irgendwie nach oben? Wie komm ich denn... Hey, voll geil. Die Umwandlung ist abgeschlossen. Feier ich ein bisschen. Ich muss mal eben das Programm behalten. Weil dann... Bin ich mal auf der siegenden Seite, dass das Aufnahmeprogramm nicht abschmiert. Wie komm ich denn... Hä? Ja, du WSR! Boah, hier war ich noch... Weißt du, dieser Van... Der... Das ist einfach nichts. Das Ding ist so im Arschen schon kaputt. Aber einfach drauf prügeln. Macht Sinn. Anstatt dass ich ein Auto suche von der KVA oder so... Ok 4 8. Das hat da drauf vorut. Glaub ich, ich muss mehr Sinn machen. Aber nein. Warum denn auch? So. Das Radio nimmt mit. Obwohl ich gesagt habe, ich will sie nicht... Hör doch. Weil ich will das Spiel eben doch vollständig durchspielen sowieso. Was heißt vollständig durchspielen? Aber... Aber, ähm... Zumindest... Das sammeln was... Hä? Wo ist denn das? Das Radio ist unter mir. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ne, oder? Ich hör da... Hallo? Ich würde gerne... Hallo? Ich... Machen der Kisten. Ich hab keine Ahnung. Ich, äh... Wieso kann ich denn... Hallo? Und ich war da nochmals dran gewesen. Wenn ich jetzt so dran... Hier so dran gewesen wäre, könnte ich es ja verstehen. Aber... Mysteriös, mysteriös. Denkt dran. Ein Mann Abdallah ermittelt schon. So. Äh... Alter Schwede. Was wir hier alles bekommen. Molotow. Haben wir schon alles voll. Um ständiger Überwachung zu lehnen. Ja, ständige Überwachung zu leben. Hier ist auch voll grad die Randale draußen. Das ist... Alter. Man merkt doch richtig, wie voll die Straße sind mit der Randale. Das ist unfassbar. Also, ich kann vor lauter Menschenmenge und vor lauter Meuterei... ...gar nicht hier alles sehen. Es ist unübersichtlich. Aber man hört die Leute. So. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist die U-Bahn. Wo geht sie denn da eigentlich hin? Gucken wir mal. Äh... Ja gut, nicht ganz U-Bahn. Ist nur eine Unterführung. Dann braucht man oben über die Straße nicht laufen. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man mal verfeucht wird oder so. Oh, hier ist Action. Oh, hier ist Action. Oh, hier ist Action. Oh, hier ist Action. Oh, oh. Warte mal. Kommen wir da rein? Ja. Lalalala. Lalalala. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Symbol? Ach, da ist eine Basis. Okay. Ah, okay. Aber gerne. Der Drohnenturm. Und hier sind... Alter, hier sind... Warte, warte. Bevor wir jetzt den Drohnenturm machen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir an die Radios noch rankommen. Aber anscheinend klappt das ja. So. Vielleicht können wir ja welche wegsnipern von oben. Schau mal. Noch ein bisschen. Äh... Wir müssen weiter nach oben. Oder? Nein, das Radio ist unten. Alter, was? Nööööö. Wieso? Darf ich hier oben nicht sein, oder was? Ach komm. Hier ist das Radio. Jawohl. 10 von 10. So, warte mal. Da nun, wo ist er denn hin? Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Alter, was? So, der ist weg. Ich sollte mich, glaube ich, mal ein bisschen heilen und sollte mal... Alter. Das geht gar nicht. Ich muss das, glaube ich, neu anfangen hier, die... Basis. Weil jetzt mit dem, mit dem Krach und alles... Ähm... Äh... Ist das Problem, dass wir jetzt so viel Action hier haben... ... dass sie natürlich suchen... ... und sucht. Tralala. Ja... Aber was ich mal davon... ... ist... ... äh... Kann ich da einfach ne Granate reinzweißen? Oder ne Bombe? Ich probier das mal. Guck mal hier! Ist der jetzt weg, der Wagen? Wahrscheinlich... ... Nein, ich bin tot! Was? Was? What the fuck? Kritisch verletzt. Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell das jetzt ging? Alter. Oh, wie schnell die Ladezeit jetzt war. Da bin ich jetzt sehr... Hallo? Natürlich hab ich keine Granaten. Ja? Äh... Ich brauch Batterien. Ich brauch mir mal eben welche. Äh... Verbrauchsartikel. Batterien. Die Kohle haben wir ja. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Ähm... Das hat ja nicht so toll geklappt. So, ich bau mal eben nochmal ein paar Granaten. Weil die scheine ja relativ wichtig zu sein. So, können wir eigentlich... Würde mich mal brennend interessieren. Waffen. Ah, Brustler. Guck mal an. Die kostet 850. Ja, können wir mal kaufen. Können wir die irgendwie aufrüsten? Ich frage mich wieder, was das mit den... mit den Sternen heißt. Ungenügend Ressourcen fürs Upgrade. Für was für ein Upgrade? Was, 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 was? Ich hab keine Ahnung. Ich kauf das hier alles mal. Weil davon haben wir genug Punkte. Ja gut, hier unten... Ja. Dann haben wir das. Da brauchen wir noch 7... 7 U- oder 7 T-Punkte. Ich hab keine Ahnung, wie wir die kriegen. So. Ich schaue auf die Karte und frage mich, wo wir da... Hä, wieso sind denn jetzt auf einmal... Hä? Wieso haben wir jetzt auf einmal hier so viele Missionspunkte? Okay. Dann würde ich sagen... Machen wir das mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich frage... Wie komme ich denn? Genau, erstmal ins Feuerfass springen. Das ist ein guter... guter Start. So, da ist der Türm. Die kann ich auch noch mal machen, wenn ich schon hier dabei bin. Zack. So. War ich nicht. So. Hier in dem Turm. Äh... Ich muss auf jeden Fall nach oben. So wie das aussieht. Was? Oh nein, 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 nein. Der hat mich gesehen, verdammt. Das Problem ist, wenn hier einmal eine Meldung ist, äh... Suche Ziel. Hä? Was für'n Ziel? Was, was, was für'n Ziel? Und vorhin, wer... Wer spricht denn da? Oh, da kommt ein Roboter. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das gibt's gar nicht. Guck mal, wer da fährt. Alter. Boah, ist das geil. Ohne Scheiß. Das mag ich ja, ne. Das ist voll geil. Das ist voll Terminator-isch. Normalerweise müsste er mich doch hier erkennen, oder? Alter, krass. So was ist ja total geil, ne. Da vorn gibt's irgendwie ein bisschen wenig hier, finde ich, so... Suche Ziel. Ziel lokalisiert. Gegen so'ne intelligente KI, äh, Spiel. Suche läuft. Nein, huah. Ziel lokalisiert. Was? Du hast mich nicht gesehen. Kommt der jetzt hier reingefahren, oder was? Hallo? Okay, der fährt, glaub ich, nicht weg. Dann muss man was anders machen. Warte mal. Bleibst du stehen? Der ist kaputt, ne? Gott sei Dank. Was ist, wenn ich von dem jetzt... Äh... Was war das denn? Da hat einer irgendwie einen Stein geworfen. Nein, ich wollte... Warte mal. Was? Hurra. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh nein, das... Alter. Oha, heil dich. Heil dich, heil dich. Hier steht einer. Hier steht einer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin überfordert. Ich bin etwas überfordert. Hilfe, ich sollte hier... Oh Gott. Aua. Geh, tot! Wo ist der denn? Wo ist der? Hier für dich. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Und ich brauch... richtig scheiß Tür hier irgendwo offen für die Jungs. Äh... Warte mal. Jawoll, da müssen die jetzt eigentlich reinkommen, oder? Wo sind die hin? Höh! Boah, ich muss weg hier, alter. Woah! Ich muss zum Tour. Heil dich, heil dich doch, heil dich doch, heil dich doch, alter. Was für ein Ziel lokalisiert? Wer redet denn da? Oh Gott, ich hoffe das klappt. Mitten im Kampf einfach mal. Ashgate, Drohnenkontrolle Jawoll, das läuft. Jetzt da der Drohnenturm kompromittiert ist, kann die KVA keine Drohnen gegen uns einsetzen. Das läuft. Alter Schwede, das läuft voll. So, jetzt kann ich mir aber erstmal ein paar Medi-Packs und so holen, wenn ich jetzt wüsste, wo jetzt hier... Scheiße. Uah, uah, alter, aua. So, Voraussetzungen. In Augen, Leute, hört mir zu. Heather ist zuversichtlich, dass sie dieses Goliath-Gehirn hacken kann. Ich bin ein Punkt davor, einen Goliath zu besitzen. Aber wir brauchen immer noch alle Infos über die Indy-Hall und ihre Umgebung, die wir bekommen können. Ich will bei diesem Clan keine Fragezeichen haben. Wir tun das für Walker. Wir tun das für Ned. Wir tun das für alle Brüder und Schwestern, die wir im Kampf für die Freiheit verloren haben. Also lasst uns da rausgehen und sie stolz machen. Ja, natürlich machen wir sie stolz machen. Alles klar. Ja. Hm. Das ist natürlich sehr geil. Ähm. Okay, jetzt ist es ein bisschen abgeklungen. Ich möchte gerne noch die anderen, ähm, die anderen, ähm, Basen noch einnehmen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich finde das ganz cool irgendwie. Das macht Spaß. Das macht mega Fun. Langsam! Und muss ja nicht jedem gefallen. Trotzdem finde ich die Atmosphäre ganz cool bei dem Spiel. Hallo! Ja, ja. Aua. Ja. Ja, geht doch. Was? Was? Hat der mich jetzt Arschloch genannt? Alter! Gerne Seite. Du stinkst nach Maggi. Aber wie geil das immer noch aussieht. Ohne Spaß. Achso, Radio... Achso, warte mal. Da kann ich ja mal eben auf die Karte gucken, ne? Was brauchen wir denn noch? Ah, 12 von 15. Ah, von diesen Dings. Davon haben wir 12, 13, 14, 15. Das liegen sogar auf dem Weg. Die Radios haben wir. Ausrufezeichen haben wir gerade mal 11 von 12. Ich weiß nicht, was die Ausrufezeichen sind. Also links am Bildschirmrand gucke ich gerade. Ähm, das machen wir auch mal eben. Hier vorne müsste eins sein, hier. Weil die müssen wir auch zerstören. Das sind 13 und noch 2. Wir brauchen noch 2 Stück davon. Ähm, wir müssen da irgendwie rein. Produziert in der nahegelegenen Anlagepropagande. Wenn wir sie beseitigen, können wir Nachrichten des Widerstandes verbreiten. Die Löwen der KVA unterbinden. Ich frage mich gerade, wie wir da, wie wir da reinkommen. Ah, hier ist noch so ein, so ein Ding im. So ein Sendeempfänger. Oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir hier rein, irgendwie? Yeah. Ach, da sind Sniper hier oben. Auch schön. So. Die müssten hier oben sein eigentlich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Hallo, hallo. Boah, da sind einfach... Uhar, da sind noch zwei, ne, kann das sein? Kommen die runter? Ja, die kommen runter. Aber schön in den Fuß schießen. Und warte mal, kann ich... Wie geht denn das nochmal mit der... Nein! Wie geht denn das nochmal mit dem Modifizieren? Weil ich würde gerne, äh... R1 Und dann das nochmal. Ich muss da... Das ist echt... Boah, Alter. Da muss man, da muss man ein bisschen mit klarkommen. So, wo sind die? Wo ist der? Alter, uah! Boah, ich sollte mich heilen. Sind die jetzt beide weg? Nein, der lebt. Wieso, wieso, wieso stirbt er nicht? Nein, aua! Nein, was? Ich wollte mich heilen, was? Ach komm, hinter mir war einer, wa? Ich dachte, hey, hey, latsch mal einfach durch und dann kriegen wir die Basis. Von wegen. Ja gut, dann nicht, dann, ähm... Aber warte mal, ich geh nochmal eben Medi-Packs kaufen. Ich hoffe, wir haben noch genug Kohle. Ja, 1.198 dürften noch reichen. Ähm... So, jetzt geht's so. Ja, oh, 1.000. Boah, das ist ja immer wieder speichern, muss ich, dass das Spiel dann so anhält und einfriert. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Ach, ja. Ähm... Da hinten, woher hin? Hup! Kann ich einfach... Geht das so? Ja, das geht. So. Ach, guck mal an, wie praktisch. Das ist natürlich super. So, wie kommen wir... Kann ich hier einfach auf? Na, das ist ja nett. Warte mal, wofür ist... Wofür ist der hier? Ich probier mal was. Wofür auch immer das ist, ich hab keine Ahnung. Ähm... Ich glaube, die wurden aufmerksam. Warum auch immer... Ja. Höh! Ich werde... Ich werde so sterben. Ey, das gibt's noch nicht. Boah, dieses Spiel ist aber auch knüppelhart auf normal. Ne, das ist ab... Das ist echt abnormal. Das ist so... Das ist so extrem schwer. Das ist vor allem, dass man so schnell sein Leben verliert. Das ist echt abnormal. Warte mal, gibt's denn hier jetzt ein paar Vorausartikel? Ich kann mal... Ich könnte theoretischerweise... Ähm... Batterien kaufen. Aber davon haben wir ja auch so wenig. Mal raus, Artikel. Äh... Chemikalien, Batterien, Reinladungspulver. Brauchen wir mal ein bisschen was hier. Dann haben wir was. So. Sprengstoffen im Arm mit. So. Jetzt sind wir voll ausgerüstet. Da haben wir auch keine Kohle mehr. Haben alles auf dem Kopf gekloppt. War... Aber egal. Jetzt, denke ich mal... Jetzt packen wir's... Hallo. Jetzt packen wir's auf. Ist die Tür denn jetzt immer noch offen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie wir gerade aufgebrochen haben. Ja, die Tür ist offen. Ach, ist ja krass. Der speichert das also. Okay. Also, wir sind gar nicht gestorben. Wir sind einfach nur in eine Art Schlaftraum geraten. Hä! Warte mal eben, Kollege... Kollege Topps. Geht das so? Ach, der ist dann sofort weg. Sehr schön. Komm ich hier rein? Warte mal. Äh, wie funktioniert das nochmal? Nein. Ich muss das eben abändern. R1. Äh, ich würd gern wieder meinen... Ja, hallo. Sehr schön. Nein! Was macht der denn da? Alter. Warte mal. Ich mach das erst hier. Ich hack das Terminal erst, bevor ich jetzt hier gleich umbaue. Das ist ein bisschen... Es ist zwar eine geile... Na. Ähm. Hallo? Ach, ich muss noch so ein Ding hacken. Ähm. Es ist eine geile... Ich muss sagen, es ist eine geile Idee. Mit diesem Umbauen und tralala. Aber du hast erstens... Es ist hier sehr stressig, muss ich sagen. Es ist sehr stressig, dass du da manchmal gar nicht irgendwie klarkommst. Weil du musst... Du musst einmal ein Digi-Bad nach oben drücken. Dann musst du nochmal auswählen mit dem Stick, was du umbauen willst. Und boah, das alles im... Im Kampf ist ein bisschen schwierig und umständlich. Das hätten wir vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber so ist es eine geile Idee. Uah. Alter. Uah. Müssen irgendwie... Da oben sitzt auch einer. Okay. Oh, hallo. Monotore, die hier eine Rückwandspiegel... Okay, ich probiere es mal mit dem Granatwerfer. Mal ein bisschen ruhiger angehen. Nein. Hallo? Also wenn du Ruhe dafür hast, dann geht das eigentlich. Aber wie gesagt, wenn du ein bisschen Stress hast... Hallo? Nein, was? Ey, das gibt's nicht. Du wirst viermal angeschossen. Das ist... Oh, Alter. Das ist ein Kackspiel. Nein, Entschuldigung. Das ist ein gutes Spiel. Das gibt's überhaupt nicht. Du wirst viermal getroffen und bist tot. Weißt du, die vertragen 100 Schüsse. Das ist so witzlos. Das ist irgendwie total lächerlich. Ganz ehrlich. Das gibt's überhaupt nicht. Ich bleib bei meiner... Ich glaub, ich bleib ganz ehrlich. Ich bleib bei meiner... Ich bleib bei meinem Gewehr. Spawnen denn die Gegner jetzt wieder neu? Oder sind die dann... Bleiben die jetzt, äh... Nein, die spawnen neu. Da ist doch schon einer. Der ist doch schon wieder hier, ne? Ja, war ja klar. Warte mal eben. R1. Ähm... Komm, bei oben, bei oben. Das gibt's noch auch nicht. Oh, die kommen schon. Die Jungs, komm. Wie viel Leben man abgezogen kriegt. Das gibt's gar nicht. Ich hoffe, die finden mich hier drin nicht. Kann ich schön vorbeischleichen hier. La 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 la. Tschau, Jungs. Ihr könnt mich mal. Propagandadepot. Hätte ich einfach vorhin nur hinlaufen brauchen. Ich bin so doof. Hätte ich nur hinlaufen brauchen. Verdammt. Ach ja. Eieieieieieieieieiei. Hätte ich einfach nur hinlaufen. Aber woher willst du das wissen als Laie? Und wenn wir die Propagandamaschinerie der KVA abschalten, können wir unsere Nachrichten einfacher verbreiten. Sehr schön. Ja, natürlich. Na klar. Nein, nein, ich gucke nicht nach Radios. Ne, ne. Ich gucke nicht nach Radios. Nein, nein, ich habe nicht nach Radios geguckt. Ne, ne, habe ich nicht. Ein Radio muss hier unten sein. Kann das sein? Ja.